So und damit Willkommen bei einem neuen Projekt und zwar Alarmstufe Rot bzw. Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered. Die Collection kam ja jetzt vor ein paar Tagen raus und ja, Alarmstufe Rot war glaube eines der ersten Computerspiele die ich hatte und damals für ein Pension 100. Ich bin gespannt. Ob es da wohl regnet? Achtung Bereithalten! Die Zeitreise von Herrn Einstein Herr Hitler! Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Und? Haben sie ihn gefunden? Hitler ist aus dem Weg. Gratuliere Professor. Wenn Hitler beseitigt ist, dann... Was dann? Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen. Bestwoord Studios Proudly presents Das wird das Film beim nächsten Mal. 1, 2, 3, 2, 1. So, und da sind wir. Im Hauptquartier der Sowjets. Na klar. Cyborgs. Zerstörung insgesamt? Etwa 110. Meine Geheimdienstinformationen sprechen von 128 Cyborgs in diesem Depot. Wie erklären Sie sich den Unterschied? Ungenaue Geheimdienstinformationen? Nur jetzt. Beginnen Sie mit der Produktion der Waffe. Ist bereits angelaufen, Genosse Stalin. Hier übrigens ein neuer Zugang. Ihre Beurteilung zufolge sollten Sie ja ganz brauchbar sein, Leutnant. Ich möchte diese Beurteilung erst sehen. Beschäftigen Sie den Leutnant mit etwas Wichtigen, Gradenko. Das wäre dann alles, Gradenko. Das wäre dann alles. Verzeihen Sie, Genosse Kommandant, aber da wäre noch etwas. Was denn? In der Gefechtszone von Torum sind wir auf eine getarnte, alliierte Stellung gestoßen. Der Gegner bewacht die Zufahrtsstraßen zur Basis hier und hier. Was zögern Sie denn da noch? Vernichten Sie die Basis und alle Cyborgs darin. Komm, mein Täubchen. Ich habe einen Auftrag, der deiner ganz besonderen Fähigkeiten würdig ist. Mein Täubchen. Na los, Gradenko. Gib mir die Befehle. Dann schauen wir doch mal, wie Sie sich anstellen. Jawohl. Begeben Sie sich nach Torum. Vernichten Sie alles dort. Hinterlassen Sie keine, keine reparierbaren Überreste. Das wäre dann alles. Alles klar. Verstärkungen sind eingetroffen. Oha. Das ist schon sehr fixlich. Damals gewesen. Ja, Sir. Bereit zum Einsatz. Na, lauf. Welte mich wie befohlen. Zerstören Sie. Ja. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Achso. Alter Knopf. So, umstellen. Neue Grafik. Alte Grafik. Bereit zur Einsatz. Melde mich wie befohlen. Ähm. Bestätigt. So. Ja, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Bereit zum Einsatz. Jawohl. Sofort. Ja, Sir. Sehr gern. Sofort. Einheit verloren. Einheit verloren. Verloren. Ihr blöden Granatbewerfer. Ihr seid zu krank. Ja, Sir. In Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr gern. So, ein bisschen Heilung. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Melde mich wie befohlen. Sofort. Ja, Sir. Schnappt ihn euch. Natürlich. Einheit verloren. Ja, Sir. Einheit verloren. Sehr gern. In Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Noch mehr Verstärkungen. Sehr gut. Ähm. Flieger. Bitte mal darüber. Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Sehr gern. Sehr gern. Ja, Sir. Wow, wow, wow. Einsatz erfolgreich. Einsatz erfolgreich. Das ging ja schnell. Kleiner Teddybär. 84, naja, gut. Fortsetzen. Ähm. Wo geht's denn hin? Ist das Berlin? Oder Ostsee? Und das? Dresden? Dresden. Komm, wir schauen nach Dresden. Tiberium-Konflikt. Da war ich zu jung. Gratuliere zu diesem Auftrag, Commander. Danke. Ich bin Hauptmann Georgi Kuckhoff. Kommandeur der Gefechtseinsätze in dieser Region. Hinter diesem Fluss liegt Deutschland. Morgen beginnt unser Angriff. Hinter der Oder. Heute schieben Sie erst mal Wache. Oh. Okay. Schade. Bewachen Sie die Basis und das Befehlszentrum. Und zwar mit Ihrem Leben. Verstanden. Die Alliierten kommen unseren Stellungen immer näher. Achten Sie auf Hinterhalte. Wenn es zum Kampf kommt, sind Sie ausdrücklich zu einem Gegenangriff ermächtigt. Alles klar. Wir sehen uns dann in Berlin. Okay. Oh, da kommt schon einer. Ein Alliierter. So. Da, da, da. Oh, wir haben Hunde. Yo. Wir sehen schick aus. Ihr seid die Eins. Ja, Sir. Hier seid die Zwei. Okay. Runter ist ein, runter ist ein Gras. Einer dahin. Packst du beide? Jawohl. So. Bereit zum Einsatz. Bestätigt. In Ordnung. Ähm. Moment. Wir, Erzlaffinerie. Wir brauchen Geld. In Ordnung. In Ordnung. Da, 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 da. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. In Ordnung. Natürlich. Sehr gern. Da ist doch eine Kiste. Geld. Sofort. Sehr gern. Sofort. Jawohl. In Ordnung. Jawohl. Hier geht's wohl nicht weiter. Doch. Verdammt. Jawohl. Sehr gern. Jawohl. Okay, dann. Bestätigt. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Erwarte Ihre Befehle. Erwarte Ihre Befehle, Sir. Konstruktion abgeschlossen. Da kommt einer. Neue Bauoption. Äh, neue Bauoption. Moment. Erstmal noch ein bisschen. Erwarte Ihre Befehle. Sehr gern. Sehr gern. Konstruktion abgeschlossen. Sehr gern. Bisschen Geld machen. Kraftwerk. Wird gebaut. Kaserne. Bestätigt. Melde mich wie befohlen. Wird Ihre Befehle. Sofort. Konstruktion abgeschlossen. Du bist dann B4. Ja, Sir. Neue Bauoption. Trahtzaun. Kommt rund. Wird gebaut. Wird gebaut. Wird schützen. Oh. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Kleine Warteschlange. Jax. Mit dem Flugfeld habe ich 2. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. So. Wird gebaut. Ja, Sir. Wird gebaut. In Ordnung. Neue Bauoption. Einheit bereit. Wird gebaut. Wird gebaut. Ja, Sir. So, ihr seid jetzt die neue Nummer 2. In Ordnung. Rüber mit euch. In Ordnung. Wow, wow, wow. Nein, die Brücke ist kaputt. Ja, Sir. In Ordnung. Okay, dann hier lang. Ihr geht. Melde mich wie befohlen. Jawohl. Mal hier hoch. Ihr Einsatzfahrzeug. Flieger. Hier, Einsatzfahrzeug. Ihr seid die 5. In Ordnung. Angriff. Ja, Sir. Sehr gern. Okay. Flammenturm. Hauen wir da hin. Wird gebaut. Silo. Ja, Sir. In Ordnung. Konstruktion abgeschlossen. In Ordnung. Wird gebaut. Raffinerie. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Natürlich. Ein paar kleine Häuschen. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. Sehr gern. Hopp, hopp, hopp. Lauf. Sofort. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Lasst euch nicht umfahren. Lasst euch nicht umfahren. Konstruktion abgeschlossen. Mach den Blatt. Sehr gern. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen? Moment. Ah, da. Sehr gut. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. In Ordnung. Flieger da rüber. In Ordnung. Sehr gern. Ja, Sir. Die Schützer zerstören. In Ordnung. Einheit verloren. Ja, Sir. So, Zelte wegmachen. Tarn hoch. Einheit verloren. Einheit verloren. Erwarte ihre Befehle. Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Sehr gern. Feuer. Bauhof zerstören. In Ordnung. Sofort. Erwarte ihre Befehle. Sehr gern. Weiter mal. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Sofort. Hopp, hopp, hopp. Einheit verloren. Ja, Sir. So, kommt. Bereit zum Einsatz. Jawohl. Ja, läuft dann ganz nach oben. Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Bestätigt. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. Sofort. Sofort. Mach den weg. Jawohl. Hier ist nichts mehr. Jawohl. Bestätigt. In Ordnung. Dann läuft es nach da. Und du deckst hier auf. Oh. Erwarte ihre Befehle, Sir. Schnell wegmachen. Bestätigt. Ja, Sir. Kraftwerke. Natürlich. Ja, Sir. Sofort. Melde mich wie befohlen. So. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Und jetzt noch Waffenfabrik. Einsatz erfolgreich. Einsatz erfolgreich. Einsatz erfolgreich. Da, da, da. Bam, 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 bam. Fortsetzen. Oh. Wo geht's hier hin? Fortsetzen. Fortsetzen. halten sie mit nur drei divisionen auf bei der geschwindigkeit des vormarsches unserer glorreichen kampfroboter haben wir in 60 tagen ganz europa eingenommen mag sein aber elf monate hinter dem zeitplan es ist für unsere propaganda überaus wichtig dass wir berlin vor dem geburtstag des genossen stalin erobern hallo kane denn da sogar denken haben sie nicht berichtet alle waffenfabriken seien gesichert ich habe sie persönlich inspiziert wie konnten dann die alliierten schweine unsere fabrik bei sofrensk ausschalten unmöglich meine sicherheitsvorkehrungen waren wirkungslos das war unsere wichtigste fabrik überhaupt noch laut plan vorankommen was ist mit einstein verläuft seine antriebsforschung immer noch nach dem zeitplan ich muss berichten dass vor ein paar stunden nun einstein wurde gekidnet ich war wir holen schon in diesem ort zurück sehr gut ich würde nur ungern einen so ergebenen offizier wie sie töten grad denken ich weiß nicht wo einstein ist noch nicht aber ich weiß wer unsere sache verraten hat wir haben die datenkennung eines alliierten infiltrators in kuriagin geortet er muss schnellstmöglich deaktiviert werden auf nach kuriagin mit ihnen stöbern sie ihn mit ihrem suchhunden auf bevor er noch mehr verraten kann alles klar aber damit beenden wir mal diese folge hier wobei die einsatzbesprechung werde ich wahrscheinlich einfach noch mal anwählen wenn die nächste folge startet für königin und vaterland deshalb sage ich mal tschüss ciao bei bei bis zum nächsten mal so